So, der kleine Bowser hat Hausarrest. Hallo mein Schickchen. Ja, 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 beruhig dich, sonst kriegst du nichts. Bowser, nein, nein, nein. Nein, wenn du mich so anmeckerst, gibt's nix. Der kleine da draußen für ein Theater macht. Oh Schätzchen, komm, lass dich mal streicheln. Du willst doch eigentlich kuscheln, ne? Ja, ja, du willst doch eigentlich kuscheln, du bist doch ein kleiner Kuschelbär. Ja, 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 ja. Oh Gott, ist der Süße, meine Fress, guck dich den mal an. Ja, hier deine kleine Speckschwarte unter der Schnute. Hm, eine kleine Speckschwarte. Da waren die Hörner schon zu sehen, die kommen jetzt nicht mehr raus, ne? Die kommen jetzt nicht mehr raus. Der Kleine muss nämlich hier oben im Bad bleiben, weil er kastriert wurde und er muss, ja, er darf nicht in Stroh und nicht in Dreck. Und weil wir zwei Badzimmer haben, haben wir gesagt, komm, komm da oben ins Bad, na, damit sich nix entzündet bei dir, kleiner Schatz. Jo, zehn Tage muss er hier bleiben, aber es sind ja schon, oh, es ist ja schon, es sind ja eigentlich nur noch fünf, glaube ich, fünf oder vier. Und jetzt kriegst du auch was. So, erstmal kuscheln lassen. Jetzt geht's zum Dicken unten. Und jetzt geht's zum Dickenordner, Ich frage mich, Vielen Dank.